Ahoi liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfahrtcamper. Wir haben es angedroht, jetzt gehen wir mal in die Tiefe von diesem ILX705D. Was kann das Ding eigentlich alles? Und wann sehen wir das? Nach dem Intro. Also Abmarsch. Ja mit diesen Bildern starten wir hier in die Anleitung. Ihr hört schon gleich einen Klang. Der Klang ist hervorragend bei dem Radio. Genau. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was kann das Gerät eigentlich? Dazu mache ich aber erstmal den Ton wieder aus. Ja. Unter anderem kann das natürlich Radio. Wir haben Radio. Die Funktion, dass wir hier im Prinzip einmal DAB-Radio haben. Wir können also digitalen Radioempfang hier benutzen. Dann haben wir die Funktion von FM, also von der normalen Radiofrequenz und AM noch diese Kurzreichweite oder was das ist oder Mittelwelle, so heißt es ja. Ja gut, ob man das braucht oder nicht, das ist halt die Frage. Auf jeden Fall, ich denke mal um diese beiden Funktionen dreht es sich. Wir haben die Möglichkeiten hier an der linken Seite natürlich Sender zu speichern. Das geht natürlich auch. Hier unten haben wir noch TA. Das ist noch ganz interessant, denn das sind die Verkehrsnachrichten. Die werden immer automatisch eingeblendet, wenn die Verkehrsnachrichten kommen. Also egal, wo man an der Stelle jetzt gerade Musik hört. Das ist ja auch der Sinn der ganzen Geschichte. Genau. Ansonsten, wie gesagt, untersuche kann man auch im Prinzip sich so die Sender anzeigen. Welche sind jetzt hier in der Nähe und Umgebung. Was kann man halt sich hier so angucken. Ja. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Hauptmenü. Hauptmenü ist immer mit dem mittleren. Wir haben die Funktion, dass wir einen USB-Stick hier anschließen können. Dieser USB-Stick ist jetzt hier bei uns mit Musik gefüllt, aber man kann auch Videos da drauf oder Filme draufpacken und kann dementsprechend die Filme gucken. Während der Fahrt allerdings natürlich nicht empfehlenswert. Das ist ja klar. Ich denke, da verstehen wir uns. Genau. Dann haben wir die Möglichkeit, Musik zu hören. Wir haben natürlich auch die Bluetooth-Funktion. Das heißt, hier gibt es dann auch die Möglichkeit, das Handy zu verbinden und das würde ich sagen, das schauen wir uns jetzt einmal an. Vorher mache ich einen kurzen Cut. Beide Geräte sind nun da. Ich denke, beide sind einsatzbereit. So, die Möglichkeit, das Ganze zu verbinden, haben wir einmal hier in der Sender, also in der Geräteliste und ich kann sagen, neues Gerät hinzufügen. So, jetzt wird im Prinzip gesucht. Ich gehe hier auch in die Einstellung, dass ich einmal in das Bluetooth reingehe und da wird es auch schon mir angezeigt, das Gerät. Also, verbinden, das geht relativ einfach. Koppeln, jo, wollen wir. Erlauben auf die Kontakte und so weiter. Die kann er natürlich auch synchronisieren. So, aber das ist natürlich Bluetooth. Kennt jeder irgendwo. Jetzt geht es natürlich auch darum, wir wollen nämlich Apple CarPlay nutzen. Also, sagen wir mal, starten. Hierbei wird das Ganze über WLAN gemacht. Das heißt, wir können hier über WLAN, die das Apple CarPlay übertragen, ohne dass wir das Kabel benutzen. Das seht ihr hier im Prinzip, dass es dort kein Kabel gibt. Ja, und schon sind wir auf der Funktion der Navigation. Ja, das war es schon. In Zukunft wird sich dieses Radio verbinden oder dieses Handy dann damit verbinden. Wir können hier in den Einstellungen nochmal, das zeige ich euch, also hier habt ihr auch natürlich die Möglichkeiten, Apple CarPlay zu klicken. Hier oben auch nochmal. Und in der Geräteliste kann man sagen, trennen. Jetzt ist das Gerät wieder getrennt und ich kann es dann sagen, na, trennen wollen wir es. Und dann sage ich es wieder verbinden und hier kann ich auswählen dann, mit welchen Funktionen es sich verbinden soll. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass es bei mir unter iPhone S steht dort, dass es immer mit Apple CarPlay sich automatisch verbindet und dementsprechend ist ja Freisprechen auch mit da drin, weil ich möchte gerne gleich darüber navigieren können. Genau. Das ist also die Funktion, die man hier sozusagen in der Geräteliste hat, die man hier auch einstellen kann. Also relativ simpel, wie man sieht. Und dann ist natürlich das die Möglichkeit auch, dass man über Bluetooth hier Musik hört. Das kann ich auch eigentlich nochmal zeigen, denn wenn ich jetzt hier in die Geräteliste nochmal gehe und von Marcel verbinde, das bleibt also so wie es ist. Jetzt wird es verbunden. Das ist jetzt nur Bluetooth. Habe ich die Möglichkeit dann auch normalerweise, da ist es Bluetooth Audio. Habe ich mich vertan. Da ist es also Bluetooth Audio und dort kann man dann dementsprechend auch, ja, auch Musik darüber hören. Okay. Welche Funktionen haben wir hier noch? Wir haben die Funktion natürlich noch, dass wir HDMI haben. Wir haben einmal HDMI Eingang und einen HDMI Ausgang. Dann haben wir natürlich noch AUX Systeme, die angeschlossen werden können. Also wenn wir zum Beispiel hier in diesem Wohnmobil zum Beispiel einen Fernsehen noch hätten, den könnten wir daran anschließen. USB natürlich, habe ich gesagt. Genau. Ja. Und das sind so eigentlich die Hauptfunktionen, die das Radio hat. Natürlich können wir auch jederzeit hier telefonieren. Das geht natürlich auch. Und ansonsten gibt es noch ein paar Einstellmöglichkeiten. Und die zeige ich euch jetzt. Das ist die Einstellung, die wir hier oben haben. Ich klicke einfach mal oben drauf und dann öffnet sich im Prinzip hier das, ja, Center der, ich sag mal, Ton-Erstellung. Einmal haben wir hier eine schöne Anzeige, wie viel Volt noch auf der Starter-Batterie ist. Also das ist halt auch ganz gut und ganz nett gemacht. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, sämtliche Einstellungen vorzunehmen für, ähm, für die ganze, ja, wie heißt es denn, für die ganze, ähm, wie heißt es denn jetzt? Naja, für Bass und so weiter. Also für die ganzen Töne, die man hier alles so machen kann. Es gibt hier auch, äh, Möglichkeiten, dass man hier sagt, äh, bestimmte, äh, Vorwahlmöglichkeiten zu wählen. Das geht auch alles. Ähm, dann haben wir hier die Möglichkeiten noch, äh, natürlich die Funktion der, der Position der, des Sitzes, äh, hier einzustellen. Das Ganze ist jetzt hier bei uns zentral eingestellt. Und, ähm, das denke ich, sollte es auch so bleiben. Natürlich ist der Subwoofer auch möglich. Wir haben hier keinen Subwoofer, deswegen, ähm, ja, ist das im Prinzip hier ausgegraut oder ist das hier off. Ähm, Ähm, Äquilizer-Einstellungen und, äh, X, äh, Over. Was auch immer das alles noch genau ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Menge Einstellmöglichkeiten und die Klangqualität dieses Radios ist einfach mega. Auch die Möglichkeit, dass es, dass man sich hier Speicherungen vornimmt, gibt es auch. Ähm, ja, ich denke mal, da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten, die man hier sehen kann, die man auch, ähm, dafür einstellen kann. Genau, dann haben wir noch, äh, Einstellungen, denn unsere Rückfahrkamera wollen wir ja auch benutzen. Das heißt, wir haben hier die Rückfahrkamera. Die funktioniert jetzt auch. Das heißt, ich kann jetzt sehen, was ist eigentlich hinterm Auto gerade los. Und die gute Sache bei diesem Radio ist auch, dass wir diese Linien hier einstellen können. Wo man die einstellt, das zeige ich euch jetzt. Unter Einstellung gibt es natürlich die ganze Möglichkeiten, die ganze Palette. Unter anderem hat man hier erstmal, wir gehen einfach einmal alles durch kurz, ähm, die Tastentöne, die man einschalten kann. Wir haben sie gleich ausgeschaltet. Uns nervt das einfach dann nur. Dann haben wir die Möglichkeit der Sprachwahl. Das Radio ist in Englisch gestartet. Das heißt, ich musste erstmal suchen, wo es ist, ähm, wo man das einstellen kann. Die Uhrzeit wird hier automatisch geholt. Was am Einzige, was man einstellen kann, ist hier die Zeitzone und dann halt Sommerzeit. Also das funktioniert auch alles automatisch. Äh, dann haben wir hier den Standard-Bildschirm, den wir nochmal ändern können. Das zeige ich euch mal. Das sieht dann so aus. Also das heißt, ich habe alles in einem Blick. Ich wollte es aber gerne, dass ich das bisschen größer habe. So sehe ich das ein bisschen besser. Aber das kann sich ja auch jeder einstellen. Dann die Dimm-Möglichkeiten. Bei uns steht das auf automatisch. Ich möchte gerne, dass es, wenn es dunkel wird, das Radio sich automatisch verdunkelt. Genau. Dann haben wir hier unten noch ein paar Einstellungen. Die Hintergrundfarbe, die kann man hier noch auswählen, wo man auf dem Start-Bildschirm ist. Dann gibt es hier noch die bevorzugten Quellen. Die kann man dann im Prinzip sortieren, in welcher Reihenfolge man die haben möchte. Einen Sicherheitscode kann man noch hinterlegen. Ähm, dann gibt es hier noch die Möglichkeiten von Fahrzeugtyp für, äh, Telefonverbindung, äh, also, also das heißt, die Fahrzeugtypen, da haben wir noch ausgewählt, dass es ein Linkslenker ist. Hier natürlich Treibstoff ist Diesel und, äh, äh, Telefonverbindung gibt es hier auch noch was. Allerdings haben wir das jetzt nicht unbedingt eingestellt. Ja, unter der Installation, da findet sich dann im Prinzip noch, äh, alles mal aufgezeigt, was ist denn hier jetzt eigentlich verbunden. Das Parksignal, Parkbremsensignal zum Beispiel. Das heißt, wenn ich die Parkbremse löse, dann steht hier auf der Seite Off. Geschwindigkeit und so weiter haben wir hier alles anzeigbar. Ja, das sind halt so die Standardsachen, die man da halt noch drin hat. Und dann in Funktionen kann man natürlich auch noch einige Einstellungen vornehmen, also gezielt, was zum Beispiel Apple CarPlay ist, also halt auch welche, äh, äh, Geräusche, also welche, äh, Sprach, äh, Stärke und so man möchte, wie laut soll es klingeln zum Beispiel. Das lässt sich alles einzeln steuern hier und das ist, finde ich, eine ganz gute Sache. Auch bei Radio gibt es einige Einstellungen. Diese Einstellungen funktionieren auch, äh, übrigens immer. Das ist nämlich die Radioeinstellung, die ich auch hier im Radiosystem habe. Da können wir nochmal zurückgehen. Und zwar zu Radio. Und wenn ich hier auf Einstellungen klicke, dann habe ich diese Einstellmöglichkeiten genauso. Also ich kann sie an der Stelle, wo alle zusammen sind, vornehmen oder halt auch sogar in der, äh, Region, wo dieses Radio dann im Prinzip gerade, wo was man gerade benutzt. In diesem Fall ist das das Radio. Der Radioempfang. Genau. Genau. Auch habe ich hier die Möglichkeit, mit, äh, Schnellwahltasten, äh, das, äh, in Navigation zu wechseln. Jetzt ist kein Radio, kein, äh, kein Handy verbunden. Das werden wir jetzt mal kurz ändern. Das habe ich ja jetzt gesagt, soll bitte nicht verbunden werden. Ah, das war natürlich falsch. Wir gehen da hin. Wir gehen in die Geräte. Geräteliste. So, und dann wollen wir natürlich, wir verbinden mal mit mir. So, das dauert einen ganz kleinen Augenblick. Dann ist das, wird die Verbindung hergestellt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, direkt auf, ähm, Navigation zu gehen. Und ich bin sozusagen direkt im Navigationsbereich. Ähm, das ist halt eine schöne Sache. Auch wenn dieses Radio eigentlich ja gar kein Navi hat. Aber ich habe die Möglichkeit dieser Taste. Und was ich auch machen kann, ist, ich kann hier die Steuerung sagen. Und dann fragt er, was will ich machen? Ich sage, ich möchte nach Ostdorf. Also, wie ihr seht, sehr einfach und total easy. Man kann das direkt sagen und, äh, schon führt er das Ganze auch aus. Auch die gesamten Funktionen von Apple CarPlay. Ähm, ich denke, wer ein Apple, äh, System hat, der weiß genau, was man hier machen kann. Ihr seht es hier auch, welche, selbst WhatsApp geht hier und auch Teams zum Beispiel. Ähm, das ist bei mir jetzt geschäftlich zu nutzen. Ja, und auch hier haben wir halt noch Einstellmöglichkeiten. Das sind die Einstellmöglichkeiten von Apple. Und hier kommen wir wieder zurück zu dem normalen Radio. Oder halt auch mit der Home-Taste. Genau. Das sind so die groben Funktionen eigentlich von dem Radio. Und das Schönste dabei ist halt einfach, dass das Apple CarPlay, äh, hier per WLAN funktioniert. Und das hat uns hier in diesem Radio natürlich auch sehr angesprochen. Das Alpine ILX 700 5D hat euch Stefan jetzt genau erklärt, was es alles kann. Wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr. Es gibt immer noch ein paar zusätzliche Funktionen. Allerdings ist das das Grobe, was, denke ich, schon alle so interessiert. Ja. Und sonst, wenn er mich nicht unterbrechen würde, würde ich sagen, gibt es eine wunderbare Anleitung. Das ist auch alles wunderbar beschrieben. Es ist wirklich auf mehreren Sprachen Deutsch. Es ist da wirklich alles erklärt. Äh, also für die lieben Männer, die grundsätzlich nie solche Gebrauchsanweisungen lesen, falls ihr mal Probleme habt, ihr könnt auch ruhig das nutzen. Es ist wirklich für Dumme beschrieben. Ich kann auch sagen, ich habe sie einmal durchgelesen. Die Zeit habe ich mir genommen, bevor ich das Radio eingebaut habe. Oh, ein Wunder, ein Wunder. Ja, wie gesagt, wir sind damit, äh, anfänglich auf jeden Fall schon mal zufrieden. Wichtig ist, es ist selbstbezahlt, es ist also, wenn, unbezahlte Werbung. Genau. Also wir werden hier nicht von Alpine gesponsert, weil wir sind einfach von dem Produkt überzeugt. Genau so ist es. Das ist halt für uns immer sehr wichtig. Wir kaufen uns Produkte, die wollen wir auch, äh, wovon wir auch überzeugt sind. Und, ja, dann, wenn ihr Fragen habt, gerne runter in die Kommentare. Äh, Stefan wird dann wahrscheinlich nochmal das Büchlein euch zur Not, äh, für euch dann lesen, äh, wenn ihr dazu keine Lust habt. Äh, und falls ihr irgendwas vergessen habt, schreibt es auch runter, falls jemand das Gerät auch hat. Genau, hilft allen. Also, äh, wie für uns ist es jetzt auch neu. Wir sind ja auch das erste Mal dabei. Das heißt, äh, wir haben es jetzt ein paar Stunden jetzt hier ein bisschen schon getestet, klar. Aber es fällt viel mehr auch noch nicht. Ja, dann soll es das gewesen sein. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtkämpfer. Ciao, ciao. Tschüss.